Frank-Henri Pierre Ribéry 7. April 1983 in Boulogne-sur-Mer, ist ein französischer Fußballspieler. Seit 2007 steht der ehemalige französische Nationalspieler beim FC Bayern München unter Vertrag. Karriere Jugend- und Karriereanfänge Frank Ribéry wurde in Boulogne-sur-Mer in der nordfranzösischen Region Nordbade-Kaller geboren und wuchs mit seinen drei Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Im Alter von zwei Jahren eilte Ribéry bei einem Autounfall schwere Schnittverletzungen, deren Narben noch heute in seinem Gesicht erkennbar sind. Er begann als Sechsjähriger beim FC Conti Boulogne Fußball zu spielen. Mit zwölf Jahren wechselte er aus Boulogne in die Jugendabteilung des Osk-Lil, aufgrund von Schulproblemen musste er das Internat jedoch nach vier Jahren wieder verlassen. Im Anschluss spielte er in unterklassigen Ligen bei US Boulogne, Olympique Eels und Stadebrest. Nebenbei war er als Bauarbeiter tätig, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Durchbruch im Profibereich 2004 unterschrieb er seinen ersten Profi-Vertrag beim FC Metz. Am 7. August 2004 gab Ribéry im Spiel gegen den FC Nantes ein Debüt in der Ligue 1. In Metz spielte er unter Trainer Jean Fernandes eine hervorragende Hinrunde und war bester Vorlagengeber. Für eine Ablöse von 5 Millionen Euro holte ihn Galatasaray Istanbul im Januar 2005 an den Bosporus, wo er sich einen Stammplatz erkämpfte. Während der FC Metz ohne Ribéry beinahe in die Ligue 2 abgestiegen wäre, erspielte Ribéry sich große Sympathien in der Türkei. Mit Galatasaray holte er 2005 seinen ersten Titel, das Endspiel um den türkischen Pokal wurde 5 zu 1 gewonnen, wobei Ribéry einen Treffer erzielte. Zu Beginn der Spielzeit 2005-06 sicherte sich Olympique Marseille seine Dienste. Da Ribéry, wie er gegenüber der Presse erklärte, bereits seit Februar in Istanbul keinen Lohn erhalten hatte, konnte er den Vertrag auflösen und ablösefrei wechseln. Galatasaray leitete rechtliche Schritte dagegen ein und bestritt Ribérys Aussagen. Am 25. April 2007 urteilte der Internationale Sportgerichtshof, KAS, dass der ablösefreie Wechsel Ribérys rechtens gewesen sei. In Marseille reifte Ribéry unter Trainer Jean Fernandes, unter dem er bereits bei Metz gespielt hatte, schnell zum Führungsspieler heran und zog mit seiner Mannschaft durch den Erfolg im UICAP in den UEFA-Pokal ein. Aufgrund seiner Schnelligkeit und Spielübersicht wurde Ribéry zum Leistungsträger der Südfranzosen. Nachdem sich Olympique Lyon intensiv um die Verpflichtung Ribérys zur Saison 2006-07 bemüht hatte, erklärte Olympique Marseille ihn für unverkäuflich. Wechsel zum FC Bayern München Im Juni 2007 wechselte Ribéry jedoch zum FC Bayern München. Er unterschrieb einen Vierjahresvertrag und erhielt die Rückennummer 7, die zuvor Mehmet Scholl getragen hatte. Über die Ablöse vereinbarten die Vereine stillschweigen, von den Medien wurde eine Summe von 25 Millionen Euro kolportiert, damit wäre er zum damaligen Zeitpunkt der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte gewesen. Seine erste Saison 2007-08 verlief sehr erfolgreich. Mit den Bayern gewann er das Double, bestehend aus deutscher Meisterschaft und der FB-Pokalsieg. Ribéry erzielte elf Treffer in 28 Ligaspielen, dazu kamen drei weitere Tore im UEFA-Pokal, in dem die Bayern das Halbfinale erreichten. Am Ende der Saison wurde Ribéry zum Fußballer des Jahres in Deutschland und Frankreich gewählt. Nach einer schwächeren Spielzeit 2008-09, in der er dennoch immerhin neun Tore in 25 Spielen erzielte, wurde Ribéry in der Saison 2009-Zehntel unter Trainer Luis Fanal erneut deutscher Meister und der FB-Pokalsieger. Bei der Meisterfeier auf dem Münchner Rathausbalkon verkündete er den jubelnden Fans mit den Worten Ich habe gemacht fünf Jahre mehr. Seine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2015. Vor allem Real Madrid war zuvor sehr an einer Verpflichtung des Franzosen interessiert. Im Finale der UEFA Champions League 2010 gegen Inter Mailand, das mit 0 zu 2 verloren ging, fehlte er aufgrund einer roten Karte, die er im Halbfinal-Hinspiel gegen Olympique Lyon wegen eines Fouls an Lissandro López erhalten hatte. Auch ein Einspruch der Bayern beim Kass konnte die Sperre der UEFA nicht verhindern. Trotz der titellosen Saison 2010-11 war Ribéry 2011 mit 11,4 Millionen Euro Einnahmen der am höchsten bezahlte Sportler Frankreichs. In der darauf folgenden Saison 2011-12 absolvierte Ribéry am 20. August 2011 seinen 100. Bundesliga-Einsatz im Spiel gegen den Hamburger SV, bei dem er ebenfalls ein Tor erzielte. In dieser Saison erzielte er in 32 Partien 12 Tore und bereitete zudem 20 Tore vor, was eine Aufstellung eines Bundesliga-Rekords seit Erfassung der Vorlagen bedeutete. Wie schon in der Vorsaison gewannen die Bayern jedoch keinen der großen Titel. Sowohl in der Meisterschaft als auch im Finale des DFB-Pokals musste man sich Borussia Dortmund geschlagen geben. Im Champions-League-Finale in der heimischen Allianz Arena, in dem Ribéry bis zur 97. Minute mitwirkte, unterlagen die Bayern im Elfmeterschießen dem FC Chelsea. Die Saison 2012-13 war die erfolgreichste in Ribérys Karriere. Neben dem erneuten Gewinn des Dubels aus Meisterschaft und Pokal erreichten die Bayern unter Trainer Jupp Heynckes erneut das Finale der Champions League, in dem mit einem 2-1-Sieg über Borussia Dortmund im nunmehr dritten Anlauf der Gewinn des wichtigsten europäischen Vereins-Pokals glückte. Mit 13 Toren und 27 Torvorlagen in 52 Pflichtspielen hatte Ribéry erheblichen Anteil an diesem Erfolg. Nach der Saison verlängerte er seine Vertragslaufzeit in München um weitere zwei Jahre bis 2017. Bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres konnte sich Ribéry im August 2013 gegen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo durchsetzen. In der zweiten Kalenderhälfte gewann er mit den Bayern zudem den UEFA Supercup sowie die FIFA-Club-Weltmeisterschaft, bei der er mit dem goldenen Ball als bester Spieler ausgezeichnet wurde. Am Jahresende wurde Ribéry zum dritten Mal zu Frankreichs Fußballer des Jahres gewählt. Bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres erreichte er den dritten Platz hinter Ronaldo und Messi. Ferner wurde Ribéry in die FIFA FIFA Pro World Elf sowie ins UEFA Team of the Year gewählt. 2013-14 gewann Ribéry mit Bayern München das Double-Aus-Meisterschaft und der FB-Pokal. 2015 wurde er mit dem FC Bayern erneut deutscher Meister. Am 11. März 2015 verletzte er sich im Champions-League-Rückspiel gegen Schachta Donetsk am rechten Sprunggelenk und fiel längere Zeit aus. Am 5. Dezember 2015 gab er nach fast neun Monaten sein Comeback, als er beim Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach in der 75. Minute für Robert Lewandowski eingewechselt wurde und erzielte dabei in der 81. Minute den Treffer zum 1 zu 3. Am 20. Februar 2016 gab er nach erneuter mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback beim Ligaspiel gegen den SV Darmstadt 98, als er in der 53. Minute für King-League-Kommand eingewechselt wurde. Beim 1 zu 0 Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt am 2. April 2016 bestritt er sein 201. Bundesligaspiel und ist dabei an 146 Toren direkt beteiligt, 70 Tore und 76 Vorlagen. Am 7. Mai 2016, 33. Spieltag, wurde Ribéry zum vierten Mal in Folge deutscher Meister und konnte seine insgesamt sechste Meisterschaft feiern. Mit dem Pokalsieg am 21. Mai 2016 mit 4 zu 3 i. E. Gegen Borussia Dortmund gewann Ribéry zum fünften Mal das Double. 2017 gewann er mit Bayern zum fünften und 2018 zum sechsten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis Juni 2019, im Anschluss wird der Franzose den Verein nach zwölf Jahren verlassen. Für das Jahr 2020 ist ein Abschiedsspiel geplant. Nationalmannschaft Ribéry wurde erstmals zum Testspiel der französischen Nationalmannschaft gegen Mexiko am 27. Mai 2006 aufgeboten. Danach kam er in den abschließenden beiden Testspielen zum Einsatz und reiste dann mit dem französischen WM-Kader nach Deutschland, dies allerdings aufgrund der Streitigkeiten mit Galatasaray, siehe oben, nur mit einer Sondergenehmigung der FIFA. Sein erstes Nationalmannschaftstor erzielte er im Achtelfinale der WM 2006 gegen Spanien, als er zum 1 zu 1 ausglich. Ribéry wurde in allen Spielen außer im Achtelfinale aus- bzw. eingewechselt. Im Finale wurde er in der hundertsten Minute durch David Trezegüt ersetzt, der der Einzige war, der im Elfmeterschießen nicht traf und damit Italien zum Titel verhalf. Auch bei der EM-Endrunde 2008 gehörte er zum französischen Aufgebot. Im letzten Gruppenspiel gegen Italien, das 0 zu 2 verloren wurde und das vorzeitige Turnier aus für Frankreich bedeutete, musste Ribéry nach einem Zweikampf mit Gianluca Zambrotta in der zehnten Spielminute mit einem Riss des Sündes-Mosebandes im linken Bein ausgewechselt werden. Nach operativer Versorgung und intensiver Rehabilitation wurde Ribéry nach 14 Wochen wieder in der Bundesliga eingesetzt. Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika stand er erneut im Kader der Équipe Tricolore. Das Team schied ohne Sieg und mit nur einem geschossenen Tor als Gruppenletzter aus. Ribéry stand dort als stellvertretender Spielführer und aufgrund seiner Beteiligung an mannschaftsinternen Querelen, dem sogenannten Fiasko von Knüssner, im Zentrum der öffentlichen Kritik. Er wurde am 17. August 2010 von der Disziplinar-Kommission des Französischen Verbands für drei A-Länderspiele aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen, worauf er mit Unverständnis reagierte, gleichzeitig aber seine Bereitschaft erklärte, weiterhin für Frankreich zu spielen. In Frankreich hat Ribérys Ansehen aufgrund dieser Vorgänge und seiner Beteiligung an der Prostituierten-Affäre stark gelitten. Bei einer Mitte Januar 2011 durchgeführten, repräsentativen Umfrage sprachen sich 43% der Befragten dagegen aus, dass er wieder für die Nationalmannschaft berücksichtigt werden solle, während nur 32% dies befürworteten. Allerdings überwog innerhalb der Teilgruppe der sehr an Fußballinteressierten die Zustimmung bei 62 zu 36. Am 13. Mai 2014 wurde Ribéry von Trainer Didier Deschamps in den Kader der französischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschafts-Endrunde 2014 berufen, musste jedoch wegen langwieriger Rückenbeschwerden letztlich auf seine Teilnahme verzichten. Am 13. August 2014 erklärte er seinen Rücktritt von der Fußballnationalmannschaft.